So, zurück sind wir bei Raincliffe. So, jetzt muss ich erst einmal mich orientieren, wo wir waren. Ach, da war das Skelett. Ach so, dann müssen wir noch das Auge auspicken. Allerdings weiß ich noch nicht, wo es ist. Was haben wir eigentlich? Dollarschein. Schwerten auf. Benzinkanister. Schraubenzieher. Funktioniert nicht? Flakon. Flakon habe ich übrigens noch geschaut. Das ist so ein Ding, wo das, ich weiß nicht, so ein Parfüm drin ist. Das ist eine gute Frage. Es ist ja ziemlich unübersichtlich, eh. Vor allem deswegen, weil wir jetzt so alles zurück müssen. Da war das Kaffee hinten. Da war das Büro, Mann. Oder? War das ein Büro? Ja, wo sind wir halt? Was haben wir denn da? Kanister und Schlauch. Ja, Moment. Kanister haben wir, oder? Oder? Kanister haben wir. Jetzt brauchen wir gerade noch einen Schlauch. Also, den habe ich nicht. Zumindest liegt da oben am Nand. Wir brauchen da irgendwie ein Werkzeug, damit wir das Ding oben schneiden können. Schwerten auf. Auch nicht. Vom Hinterranden aber schrauben. Aber mit was? Schwertgen auf. Man muss schon sagen, das ist ein bisschen kniffliger, als die vorherigen Wimmelbildspiele, was ich gemacht habe. Können wir den vielleicht da rein tun? Wahrscheinlich nicht, oder? Auch nicht. Was wollt ihr da? Mit einer Hakenhand. Die Hand ist Piratenwild. Ja, ich habe auch nicht zufälligerweise eine Hände dabei. Ist ja nichts alltäglich. Jetzt muss ich noch mal da hinten schauen. Was haben wir denn da drin gehabt noch? Die Kasse. Brauchen wir da noch was? Nichts mehr, oder wie? Ja, da war die Botschaft. Und sonst nichts, oder wie? So, im Eck hinten. Ja, da haben wir den Heizkörper gehabt. Den von der Wände nicht mehr. Mit wo ist denn? Mit später auf ein Eck. Mit dem Gewehr vielleicht. Auch nicht. Da haben wir nichts mehr, oder? So, das heißt, wir müssen noch mal vorne sich schauen. Irgendwas haben wir übersehen. Pass auf, da war die Apotheken. Da ist die Uhrmacherei. Ach, da ist die Uhrmacherei. Ach, da haben wir noch was, gell? Übrig gibt's was, nur nirgends kommen wir weiter. Mit dem Schraubenzäger auch nicht, oder? Von der Wandschlung. Haben wir denn ihren Hammer, oder so? Auch nicht. Da war der Gulledickel. Was sind das da? Was ist das Tagebuch der Studenten? Und was sagt uns das? Weiß mir nicht so genau, gell. Sanduhr, ja wo krieg ich denn jetzt Sand her? Ich hab doch keinen Sand. Es ist Winter. Pass auf, da war der Gulledickel. Aber, da brauchen wir Augen, gell? Hat's gekoßen. Augen hat man nicht so alltäglich dabei. Hm, gut. Das heißt, wir müssen irgendwie... Man muss sagen, wir spielen auf der leichtesten Stufen. Und können wir den noch nicht weiter? Ach, der Löwenkopf. Der macht mir auch bald wahnsinnig. Mit der Nase, was ist denn da mit der Nase nimmer? Gar nicht. Dollarschein, was mach ich denn mit dem Dollarschein? Da war der Kanal. Gasse. Ach, da waren wir doch auch schon. Da können wir ja auch nicht weiter. Ach so, dafür brauchen wir wieder Öl. Haben wir wieder nicht. Die Scheibe schmieren. Ja, wir haben uns ja wirklich nicht dabei. Grot nicht das, was wir brauchen. Doch nicht mit den Fingern. Mit dem Schaum ist ja gar nicht. Ja, die Logik, die hängt ein bisschen so auf der Strecke, gell? Warum können wir das nicht auserhebeln? Ah, jetzt hat's. Geht doch. Jetzt haben wir zumindest ein Brecheisen. Und das Handy möchte ich reparieren. Das soll ich mal vormachen, aber das noch repariert. Jetzt können wir mit dem Brecheisen, Moment. Vielleicht ist er zerlegen. Warum nicht? Warum möchte er das vorhin geschlossen durchbohren? Aus was für einem Grund? Ja, sag jetzt bloß, ich soll ein Bommerschen suchen. Kann ich denn die Scheibe einhauen? Warum sollte er eigentlich die Glasscheibe zerschneiden? Ja, wie gesagt, ist das manchmal ein bisschen unlogisch. Treppenhaus, was haben wir denn da gehabt? Mit einem Bein könnte ich die Falle entschärfen. Warum mit einem Bein? Warum holt ihr nicht gerne was Brecheisen? Achso, da brauchen wir einen Inbus. Haben wir auch wieder nicht. So, die Küche. Da haben wir ein Rätsel. Was haben wir da? Achso, da fällt auch wieder was. Da war der Fleischwolf. Sonnstein, ja, haben wir auch nicht. Da brauchen wir einen Haken. Kann ich vielleicht mit dem... Auch wieder nicht. Es wird so nicht gleich gemacht. Jetzt muss ich mal, pass auf. Da waren wir. Wie schaut's denn unten aus? Achso, da ist der Handschuh. Wir brauchen irgendwas zum Werfer. Nehmen wir die Flex, die brauchen wir nicht mehr. Nicht, gell. Die sind ja vielleicht das Brecheisen. Was haben wir da gehabt? Ein Schutzanzug. Ja, da brauchen wir erstmal eine Schaufel, weil wir mit der Hand können wir den wieder nicht auskriegen. Da ist unser Charakter ein bisschen faul. Pass auf, Brecheisen. Können wir denn das Seil da entfernen? Das wäre doch mal logisch, oder? Gut, im Spiel ist es natürlich unlogisch. Moment, vielleicht... Vielleicht endlich das da. Da, schau mal her. Wer versteckt denn da so einen Schraubenzieher? Schraubenschüssel? Ja, Moment. Brecheisen haben wir jetzt... Immer noch. Das heißt, das brauchen wir noch woanders. Aber... Mit dem Schraubenschlüssel... Könnte man doch eventuell das Ding da lockern. Seht ihr das? Jetzt haben wir schon mal einen Schlauch. Seht ihr das? Das ist ein moderner Kalister. Mit Display. So, jetzt haben wir Benzin. Da können wir uns nachschubeln. Ne, oder? Pass auf, mit dem Benzin... Moment. Jetzt fällt mir gerade noch was ein. Der Heizkörper. Jawohl. Ab in die Hohentaschen. Und das Brecheisen ist jetzt weg. Geht. Ja, zumindest wissen wir schon mal, dass wir da nicht rein müssen. Denn das Kaffee ist gerade abgebrannt. Muss ja nicht unbedingt negativ sein. Jetzt pass auf. Mit dem Benzin. Können wir doch eventuell... Moment. Jetzt wenn ich das da einschütt. Funktioniert. Natürlich hat er den ganzen Kanister vorhin eingeschütt. Und dann werden wir mal da ein bisschen Feuer machen. Und jetzt kriegen wir... Löwenbring. Ach so. Ja, jetzt hat... Ja, jetzt kriegen wir vielleicht das Ding. Jetzt, Moment. Da, schau her. Wieder überhaupt Zeit. Pass auf. Jetzt kann man mit dem... Mit dem Seil... Da wollte ich ein Bein. Bein haben wir noch eins. Pass auf. Das Seil hängen wir mal da, oder? Etwas schweres haben wir auch dabei. Heizkörper aus der Hohentaschen. Was ist der zweite Maschita? Ja, scheinbar haben wir da Fasching oder sowas. Was noch? Vermisst er. Er ist bewusstlos. Ach so. Oh, dafür brauchen wir wahrscheinlich den Schutzanzug. Hinterhof. Da, schau mal her. Der klettert da rum wie im Zirkus. So, was haben wir sonst da unten? Kellereingang. Drachentor.